Was ist eine Instanz? Nun, eine Instanz ist eine Stelle, denn eine Instanz ist eine Stelle mit Entscheidungsbefugnis. Ich sage es nochmal, jede Instanz ist eine Stelle, aber nicht jede Stelle ist eine Instanz. Es gibt nämlich auch Stellen ohne Entscheidungsbefugnis. Wenn man es also aus Sicht der Stellen aufzieht, dann gibt es hier Stellen ohne Entscheidungsbefugnis und Stellen mit Entscheidungsbefugnis. Und Stellen ohne Entscheidungsbefugnis heißen Stellen. Und Stellen mit Entscheidungsbefugnis heißen Instanzen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.